Eine Nappenzelle, Zipfelkappe gibt's schön warm, kannst du es selber machen. Ist es draussen nass und grau, dann ist es mir mit der Frau. In meinem Buch findest du 24 Börtchenmuster, Strickanleitungen in allen Grössen, Beschreibungen zum Kordel und Zottel machen und sonst allerlei Informationen zu den Zipfelkappen. Sie sollen ein bisschen eine Anfabung machen. Also Hannover habe ich heisst, ein bisschen Restenwohle aufbrauchen, was sie sonst nicht brauchen können. Bei mir lässt die Zipfelkappe nach oben gehen, also über die Ohren runter und dann so hoch und dann läuft der Kopf einmal so und dann fertig und dann ein Zottel dran.